Ja, minus drei Grad, Seenebel, richtig kalt, aber dafür beißen dann auch die Säbchen und Kalmarin. Ein wunderschöner Donnerstagmorgen bei minus drei Grad auf dem Wasser. Wir wollen heute einen Sepia-Ange. Dafür haben wir unsere Montage mit diesen Ködern, unbebleite Sepia-Köder, mit so einem Federhakenkranz dran. Wir haben hier zwei Poange an Seitenarmen, einen Schwimmen und einen auf dem Grund. Dann haben wir noch ein Blei. Das hier hat jetzt 60 Gramm, man kann auch mehr nehmen, je nach Rute. Das müssen wir jetzt einfach absetzen und reinfangen. So, ich hab' jetzt einen Lied, merkt man daran, dass das Tocken am Grund weg geht. Und da kommt auch ein Kalmarin. Und da kommt auch ein Kalmarin. Und da kommt auch ein Kalmarin. Und da kommt noch ein Kalmarin. Das ist schon so. Mühe. Denn immer fern. Und da kommt noch zu Hause, man kann es auf. immer mit hinter so Ein Knoten. Auf rosa. 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 Auf rosa.